Der November wird mystisch, magisch und explosiv. Also da kannst du darauf gespannt sein. Herzlich willkommen bei einem neuen astrologischen Video. Und heute schauen wir uns mal den November an. Und besonderes Augenmerk möchte ich darauf legen, auf diese Opposition Mars-Pluto, die uns jetzt begleitet. Und vor allem, was das denn bedeuten kann, was das für dich bedeuten kann, was das für die Welt bedeuten kann. Schauen wir jetzt erst einmal nach. Der 1. November beginnt gleich mit einem Neumond im Zeichen Skorpion. Und Skorpion ist ja das Zeichen der Mystik, der Magie schlechthin. Das ist das Zeichen eigentlich der Transformation des Stirb und Werdens. Das ist die dunkle Zeit, das ist die Zeit von Halloween natürlich auch oder Allerheiligen, Allerseelen. Das ist so die Zeit, wo die Schwelle zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten sehr dünn wird. Und auch die Schwelle zwischen den Ideen, würde ich sagen, und auch der Manifestation. Also da gehört so beides dazu. Und in diesem Zeichen treffen sich eben Sonne und Mond zu einem Neumond. Neumond, der für Neubeginn steht, der einen neuen Zyklus einläutet. Und das am 1. November quasi. Das Geburtshoroskop des Novembers, wenn du so möchtest. Und diese Konstellationen begleiten dich jetzt auch den ganzen November lang. Was bedeutet denn jetzt mal Skorpionzeit? Also Skorpion ist, du merkst das, die Zeit der Transformation. Die Blätter färben sich jetzt rapider gelb oder braun. Der Herbst steht an. Also alles häutet sich und alles begibt sich langsam nach der Hochzeit im Sommer zur Ruhe. Ernten werden noch fertig eingefahren. Also es ist jetzt einfach so, die Natur bereitet sich eigentlich jetzt auf einen Schlaf vor. Auf den, in Anführungszeichen, Tod vor, wenn du so möchtest. Und das ist so diese Pluto-Zeit, diese Skorpionzeit. Und Pluto, du hörst ja ganz viel auch immer hier auch auf dem Kanal über Pluto. Pluto ist ja gerade wieder, noch einmal, als letztes Mal zu unserer Lebenszeit, das letzte Mal für über 200 Jahre im Zeichen Steinbock zurückgewandert und wandert jetzt dann wieder nach vorne. Und der wird am 20. November den Steinbock endgültig verlassen und in den Wassermann gehen. Aber momentan ist er noch einmal im Steinbock und wirbelt eben diese Themen, Bankenpleiten auf, zum Beispiel. Das ist ja was, was ich immer wieder sage. Lies mal die Zeitungen. Du wirst schon sehen, okay, da gibt es Finanzprobleme teilweise bei Banken. Und der ist ja jetzt noch einmal eben im Steinbock. Und jetzt haben wir in der Energie Pluto, und Pluto steht für die Transformation, stirb werde, was ich gesagt habe, aber auch für Macht on Macht. Und das steht jetzt in dem Haus des Gesetzes, auch in dem Haus der Regeln. Also Knöchernes will da einfach transformiert werden. Also das ist auch so der Staat, der reformiert gehören würde. Und der wehrt sich da auch noch. Und das ist so ein bisschen diese Feststeckdynamik. Denn jeder andere Langsamläufer, wenn wir uns das anschauen momentan, also zu diesem Horoskop 1. November, ist noch rückwärtsläufig. Also Saturn, Neptun, Chiron, Uranus, Jupiter, alle rückwärtsläufig. Und rückwärtsläufig heißt immer, die Energie geht viel nach hinten. Und dieser Rückwärtsläufigkeit dieser großen Planeten steht eine große Konjunktion entgegen. Das ist eben der Pluto und der Mars. Ein Pluto Mars ist natürlich klassisch Kriegseskalation, kann man so sehen. Und wir schauen uns das jetzt nochmal an. Also der Mars steht quasi am Ende des Zeichen Krebs und der Pluto am Ende des Zeichen Steinbock. Und das ist einfach ein Spannungsaspekt. Aber was bedeutet das denn noch? Es geht vor allem auch darum, dass die Gefühle, die in dir hochkommen, in eine Struktur gegossen werden sollen. Das heißt, verorte, warum du spürst, was du spürst und bring das dann auch mit einer Ordnung in die Transformation. Das bedeutet einfach mal, wenn du aufgewühlt bist, wenn du wütend bist, wenn du auch alten Streit, alte Sorgen, alte Ängste in dir trägst, dann ist das eine gute Zeit, diese jetzt zu transformieren und loszulassen. Und das wäre einfach so die Chance in dieser Zeit. Das Nächste, was da sehr begünstigt würde, ist eben auch wirklich diese Macht über den eigenen Willen zu bekommen. Das heißt, was will ich und wie setze ich das auch um? Und das will eigentlich auch so in die Manifestation drängen. Das heißt, das ist auch eine unglaubliche Kraft, um scheinbar unmögliche Projekte zu starten, um über deinen eigenen Schatten zu springen, um da wirklich so deine Düsen zu aktivieren und richtig mal nach vorne zu streben. Also das wäre dann eine Möglichkeit. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist natürlich auch, wenn man sagt, man strebt eben kriegerische Auseinandersetzungen, man strebt nach vorne, man hat mehr Konflikte, man streitet. Das ist natürlich die große Gefahr- und Schattenseite, dass ich das einfach in einem Egoismus mache und übersehe, was ist eigentlich jetzt, was will denn womöglich auch der Andere. Denn das ist sehr stark so kopfgesteuert und sehr egoistisch auch. Und da muss man einfach aufpassen. Aufpassen solltest du auch im November immer noch über den großen Prüfer, den großen Buchhalter. Also der Saturn hat ein Quadrat zur Venus und ein anderthalb Quadrat zu Mars. Und das ist wirklich so dieser Buchhalter, dieser Prüfstand, dieses entspricht meine Beziehung meiner Wirklichkeit, entspricht meine Beziehung, meine romantische Beziehung, Freundschaften, meine Berufsbeziehung, mein Berufsverhältnis noch meiner Wirklichkeit. Und das ist da so die Aufgabe, wo du immer wieder schauen wirst und prüfen musst, was passt jetzt zu dir und was passt nicht zu dir. Also eine sehr, sehr angespannte Zeit und auch viel Geduld und gute Gespräche natürlich auch bitte für deine Beziehungen. Denn mit Mars, der dann auch noch ein Trigon zum Merkur hat, also zum Kommunikator und zum Handler, da kann man sagen, okay, das ist nochmal gute Ideen für Geschäfte, eigentlich eine ganz gute Idee oder gute Energie auch Dinge aussprechen zu wollen. Also da kann man auch oft einmal, ich denke, schwierige Themen ansprechen und hat aber auch die Kraft, da dazuzustehen und das wirklich auch zu klären unter solchen Vorzeichen. Also das wäre eigentlich positiv, das heißt, das wäre eigentlich eine gute, eine gute, lösende Energie bei Beziehungen, weil man sagt, da steckt schon lange was, das jetzt auszusprechen. Also es ist sicher auch der November eine sehr gute Zeit, auch das anzugehen. Wir haben aber zu diesem anderthalb Quadrat von Saturn zu Mars, ich habe auch Pluto Mars erwähnt, haben wir noch ein Halbquadrat eben Saturn-Pluto und Saturn steht ja noch einmal im Steinbock, wie ich es dir gesagt habe, Pluto steht im Steinbock und Saturn im Fischezeichen. Und Saturn, auch rückläufig, ist ja auch noch einmal so die innere Wirklichkeit und das, was sein soll. Und mir kommt dieses Halbquadrat so ein bisschen vor, als würde der Saturn den Pluto ermahnen, zu sagen, was da jetzt kaputt gehen soll, lieber Transformator, lieber Niederbrenner, lieber Wandelenergie, lieber Pluto, das mach mit Bedacht, bitte. Also hau nicht alles gleich zusammen, das könnte für mich auch so heißen, dass da eine Zeitverzögerung ist und hau nur das zusammen, was jetzt wirklich, wirklich notwendig ist. Und auch wenn das ein Frustrations- und Spannungsaspekt ist, heißt das für mich eigentlich, dass Saturn inspiriert von Fische und Fische ist eigentlich eine sehr, sehr positive, heilende Energie, auch ein bisschen vernebelnd in der negativen Form, aber eigentlich auch eine heilende Energie, wo man sagt, hey, lass es nicht so dicke kommen, wie es kommen könnte. Das heißt also für mich auch noch einmal, diverse Krisen, diverse, sage ich jetzt mal wirklich, Finanzapokalypsen, denke ich, könnten unter solchen Vorzeichen abgemildert werden, dass es eben nicht so schlimm kommt, wie es kommen könnte. Und das ist auch noch einmal etwas, wo man sagt, okay, vielleicht verschiebt sich da noch einmal was, vielleicht kommt da noch einmal was, wird da noch einmal was einfach verzögert, beziehungsweise über die Verzögerung baut sich da auch Krisenenergie ab. Also ich werte dieses Halbquadrat eigentlich jetzt positiver, weil da eben der große Knall, denke ich, ausbleiben wird. Jetzt werden manche sagen, gerade die, die sagen, ja, es muss jetzt einmal schnalzen, denn das System funktioniert so nicht mehr. Ich denke einfach, dass Systeme Zeit brauchen, sich zu wandeln und dann in neue Systeme umgewandelt werden. Und das kann ein Trägerprozess sein. Und ich denke, wenn es da einfach einen Knall macht, hätten wir eine Anarchie und hätten wir so viel Leid und Chaos, dass das einfach zu schlimm und zu schrecklich wäre für viele Leute und das einfach nicht tragbar wäre. Und deshalb halte ich das für eine sehr, sehr gute Energie, auch wenn sie da den Fluss ein bisschen runterbremst, also dieses Willen macht, also dieses Andauchen, die wir da haben von Mars und Pluto. Das ist eben eine Geschichte. Also das ist so diese Energie, die ein bisschen gebremst wird, die da ein bisschen natürlich runtergedrückt wird. Das nächste, wir haben natürlich jetzt auch so dieses Trigon Uranus-Pluto und ein Sextil-Neptun-Pluto. Und die stehen ja dann in Beziehung, ganz oft jetzt, da werden wir auch nochmal drüber reden, Neptun-Uranus-Pluto. Und das sind eigentlich lauter sehr positive Energien. Und da sind wir noch einmal da, dass Uranus der notwendige Wandel ist im Trigon, also das noch einmal, transformiere das Notwendige, ich bin dabei, ich helfe dir, ich unterstütze dich, lieber Pluto, so kann man sich das vorstellen. Und der Saturn bremst ein bisschen und sagt, hey, bleib mir im Rahmen, also nicht alles niederbrennen. Und der Uranus gibt aber da trotzdem so Energie rein und sagt, hey, da kann was Neues kommen, da können neue Ideen kommen, da können neue Visionen kommen. Und es kann sich jetzt etwas für die Zukunft bilden. Und für die Zukunft bilden, da reden wir von den nächsten mehreren hundert Jahren. Denn Ideen sind ja per se, bis sie geboren werden, unsterblich. Man denke nur an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die es ja immer noch nicht so ganz gibt. Jawohl. Wir haben auch noch einmal ein Sextil von Pluto zu Merkur. Und das ist auch noch einmal unterstützend, dass man sagt, Fleiß wird belohnt. Du kannst Gute, du kannst eben wirklich in der Arbeit Kraft aufwenden, viel Energie aufwenden. Und ich denke, das ist eine sehr positive Geschichte, die sich da einfach entwickelt. Am kritischsten sehe ich eigentlich, da haben wir dann auch noch einmal die Venus in Opposition zu Jupiter. Und da sind wir auch ein bisschen beim sich nicht blenden lassen von anderen, nicht gleich Hals über Kopf sich irgendwo verlieben oder glauben, das ist das große Glück, die große Chance. Also vor sowas würde ich jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man da so das Gefühl hat, so der schnelle Glück, das schnelle Geld, das schnelle Geschäft, solche Geschichten. Da würde ich aufpassen, genauso wie die schnelle Beziehung, die schnelle Liebe. Da einfach ein bisschen Acht geben. Das liegt nicht ganz so schön da. Grundsätzlich kann man sagen, dass der November mit diesen Spannungsaspekten und trotz der Pluto-Zeit eigentlich ein Monat ist, wo man sehr viel Klarheit und Ordnung reinbringen kann. Ich würde dich auch einladen dazu, nimm dich mal raus aus deinen Alltagsprozessen, meditiere vielleicht einfach mal, schau einfach mal, was du brauchst, dass du einmal zur Ruhe kommst, dass du wahrnimmst, auch was fühle ich, was möchte ich noch erreichen, was möchte ich weitermachen. Und lass dich nicht zu sehr von den äußeren Umständen ablenken. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Bitte bleib bei dir und lass dich nicht verunsichern. Denn das ist eine Konstellation, die auch für Mut spricht, meines Erachtens nach. Nicht für Mutlosigkeit. Und wenn du mutig bist und klar bist und Gräben schließt und diese nicht neu auftust, sondern sagt, deine Pionierleistung kann ja auch sein, ich gehe auf dich zu, ich schließe mit dir Frieden. Wir haben einfach eine neue Dynamik. Ich bin der Erste, der einen Schritt auf dich zugeht, nach Konflikten. Dann würde ich wirklich sagen, ist das eine super, super Zeit für dich. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich bin schon gespannt, was du sagst, wie du jetzt so die Zeit empfindest und was sich so tut bei dir. Und auf jeden Fall, wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonnier den Kanal. Ich hoffe, der hat das Video gefallen. Wenn es dir nicht gefallen hat, danke fürs zu lange dranbleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereni. Tschüss.